Jetzt geht es um ein Interview, das Pellegrino Matarazzo einer Zeitung gegeben hat und ein paar Zitate finde ich wirklich interessant. Ich finde einmal mehr gibt sich Rino sehr selbstkritisch und doch entwicklungsbereit, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde es ja schon spannend, einfach Pellegrino Matarazzo im Entwicklungsprozess eines Trainers begleiten zu dürfen. Was Matarazzo halt macht, er geht mit diesem Prozess sehr offen und authentisch um und ich finde das ist sehr außergewöhnlich. Ne, sehe ich genauso, weil ich habe es ja auch in der letzten Saison öfters mal angesprochen, diese ganzen Situationen, die er erlebt, die sind ja auch für ihn komplett neu, weil er kam als U19-Trainer zum VfB, muss sich dann halt in der Stadt mit einer großen Fanszene, mit einer großen medialen Beachtung erstmal schlagen. Dann läuft es halt im Aufstiegskampf alles andere als rund, dann gibt es halt wirklich schwierige Phasen, da lernt er draus. Dann kommt er in die Bundesliga, dann ist er zum ersten Mal Bundesliga-Trainer, dann ist er zum ersten Mal seit langem überhaupt ein VfB-Trainer, der eine komplette Saison übersteht. Und dann hat er letzte Saison wirklich so eine komplett beschissene Spielzeit mit viel Verletzungspech, mit auch kommunikativen Problemen, denke ich. Und ich denke an sein Interview nach der Saison zurück und habe da so rausgenommen, dass er wirklich wahnsinnig viel gelernt hat. Die PK meinst du? Genau, die PK mit der Analyse halt, wo man auch gemerkt hat, okay, der hat gemerkt, das, was er gemacht hat, das war nicht immer nur cool, sondern auch gemerkt, hey, ich habe Fehler gemacht, ich muss es anders angehen. Und man sieht ja quasi, wie er zusammen mit der Mannschaft wächst. Also auch seine Auftritte jetzt vor der Presse in den PKs sind ja ganz andere als noch vor ein, zwei Jahren halt. Er ist viel selbstsicherer, er weiß, welche Fehler er gemacht hat, wie er sie abstellen kann. Und ich finde es auch total spannend und dass halt ein Trainer wie Pellegrino Materazzo, der zum VfB kam, ohne dass, glaube ich, irgendjemand seinen Namen kannte, jetzt in der Reihe der dienstältesten VfB-Trainer in den Top, weiß ich nicht, fünf ist oder so, der ist ja für VfB-Verhältnisse ewig lang da, das finde ich halt spektakulär. Und dass er das dann auch so reflektiert betrachtet und sich auch immer selbst hinterfragt, das finde ich total großartig. Ja, und das auch öffentlich kommuniziert. Genau, und nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern auch wirklich öffentlich macht, also finde ich großartig. Also ja, ein sehr angenehmer, intelligenter Mensch und wie er das auch kommunikativ handhabt, finde ich großartig. Ja, er hat sich jetzt zum Beispiel dazu geäußert, wie er mehr oder weniger vom geduldigen Entwickler zum konsequenten und effizient denkenden Trainer geworden ist, Sebastian. Vielleicht kannst du mal mit uns teilen, wie er diesen Prozess und auch diese Entwicklung beschreibt. Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt den Materazzo-Akzent irgendwie drauf, aber kann ich leider nicht. Kann ich nicht mit Taste liegen. Sorry, aber da muss ich einfach drauf schaffen. Also, aber er hat gesagt, früher habe ich viel Energie aufgewandt, jeden Spieler anzutreiben und voranzubringen, auch wenn über einen längeren Zeitraum kein Fortschritt zu erkennen war. Das ist jetzt ein Stück weit anders. Ich identifiziere mich weiterhin mit der Aufgabe, unsere Spieler zu entwickeln. Ich habe nach wie vor ein offenes Ohr für jeden und den Antrieb, die Spieler in ihrer Entwicklung zu begleiten. Ja, das ist eine Non-Menschen in Richtung Klimowitz und Roberto Massimo, muss man sagen. Er hat das lange versucht, hat das Talent sozusagen erkannt. Hat sich dann aber, ja, es wurde halt einfach nicht belohnt, sag ich mal, diese Zeit, die er den Spielern gegeben hat. Sie haben halt nicht den nächsten Schritt gemacht. Und wir haben es vorhin schon gesagt, Ergebnis vor Entwicklung und nicht andersrum. Das ist jetzt der aktuelle Stand und es wird natürlich zum Problem, wenn du nur noch Spieler im Kader hast, die, ja, Entwicklungsschritte machen müssen. Das ist eben das, was du, glaube ich, manchmal meinst, wenn du sagst, mir würde jetzt einfach noch so ein Backup fürs Mittelfeld gut gefallen, der einfach wie Stenzel reingeschmissen werden kann. Und dann halt einfach so ein gewisses Level runterkickt. Und ich sage dann, okay, ich habe halt einfach die jungen Spieler lieber, die sich entwickeln können. Aber ich gebe dir da in der Hinsicht recht. Und das meine ich eben damit, du bekommst ein Problem, wenn du nur noch Spieler im Kader hast, die einfach Entwicklungsschritte machen müssen. Ja, also es geht nicht ohne erfahrene Spieler. Ich bin aber gleichzeitig der Meinung, dass wir mit Endo, Anton, vielleicht sogar inzwischen auch in Dinos Mavropanos, Borna Sosa, Sascha Kalajtic, die sind ja noch da. Schon auch Spieler jetzt im Kader hast, die diese Entwicklungsschritte schon durchlaufen haben. Und die, wie gesagt, dann diese Erfahrung auch den Jungen mitgeben können oder ihnen dabei helfen können, diese Schritte, diese wichtigen Schritte zu machen. Genau, was ich halt aus der Aussage von Materazzo halt raushöre, ist, das ist genau diese Transition, die du machen musst, glaube ich, vom NLZ-Trainer zu einem Cheftrainer bei Profis. Ja, dass du irgendwann sagen musst, okay, der Spieler hat Potenzial, dieser Spieler müsste eigentlich entwickelt werden. Das ist meine Priorität, aber dann musst du als Cheftrainer eines Bundesligisten mit 70.000 Mitgliedern irgendwann sagen, der Junge hat Potenzial, aber ich brauche jetzt einfach Leistung auf dem Platz. Und wenn er das jetzt nicht abrufen kann, sorry, aber dann kippt er halt hinten runter und er spielt keine Rolle mehr bei uns, aber ich muss jetzt Punkte holen. Und ich glaube, das ist halt so eine Priorität, die Materazzo auch im Laufe der Saison so ein bisschen verlagert hat. Gerade von Entwicklung zu Ergebnis, wo er gesagt hat, sorry, aber dann fallen halt manche Spiele einfach hinten runter, dann kann ich die jetzt nicht entwickeln, denn jetzt brauchen wir Punkte. Und das ist mir jetzt, muss mir wichtiger sein als Entwicklung, weil sonst verliere ich meinen Job. Ja, du kannst immer so ein paar natürlich oder vielleicht ein, zwei kannst du natürlich schon so mit durchschleppen, möchte ich mal so sagen und auch denen die Spielzeit geben, die sie vielleicht brauchen, um im besten Fall einen Schritt zu machen. Aber das wurden einfach zu viele Spieler, die A stagnierten, manches sogar Schritte zurück machten. Und dann hattest du die Ausfälle von vielleicht Spielern, die hast du komplett gesetzt, Sascha Kalajic im Sturm. Und das meine ich eben, wenn du dann irgendwann so viele Spieler hast, die alle einen Schritt machen müssen, aber keine Spieler mehr an ihrer Seite haben, die dabei unterstützen, dann wird es langsam zum Problem. Also ja, Rino räumt auch ein, dass man bei manchen Spielern trotz der deutlich erkennbaren Anlagen nicht immer, ich sag mal, das wichtigste Organ erreicht und zwar das Gehirn der Spieler. Was sagt er dazu? Ich reflektiere meine Arbeit ständig. In bestimmten Situationen stößt aber auch ein Trainer an seine Grenzen, besonders wenn es etwa darum geht, mentale Blockaden zu lösen. Manchmal finden wir Trainer den Schlüssel, aber manchmal einfach nicht. So ehrlich muss man sein. Ja, und ich persönlich interpretiere die Aussage so, dass er auch selbst früher einfach viel zu viel Energie in das Lösen mentaler Blockaden seiner Spieler gesteckt hat. Also jetzt erwartet er von seinen Spielern, glaube ich, so ein Stück weit mehr Eigenverantwortung und vielleicht sogar ein bisschen mehr Professionalität. Weil das muss man ja auch sagen, also du kannst sie ja nicht immer in die Hand nehmen. Also wir reden ja jetzt zwar von sehr jungen Menschen, keine Frage, aber auch nicht von Kindern. Und irgendwann musst du, glaube ich, dann auch sagen, okay, das musst du jetzt selbst hinbekommen. Ich kann jetzt dir nicht dabei helfen, dass du dir, am Anfang schon, aber nicht immer dabei helfen, dass du dir dann in den Situationen, wo es darauf ankommt, in die Hosen scheißt. Ich bringe das jetzt mal relativ auf den Punkt. Genau, aber ich glaube schon, dass er so ein Stück weit durch die letzte Saison, ich würde es mal ganz plakativ sagen, härter geworden ist. Dass man sagt, ich kann auf Einzelschicksale wirklich nicht mehr so viel Rücksicht nehmen. Ich muss vor allen Dingen das Gesamtergebnis im Auge behalten. Und wenn einzelne Spieler da nicht mitkommen, sorry, das tut mir leid, aber dann ist es halt so. Und ich glaube, das war am Anfang der Saison noch anders. Da hätte, glaube ich, wirklich mehr auf die Spieler als Individuum geguckt, geguckt, dass die alle mitkommen. Und dadurch hat dann tatsächlich der sportliche Erfolg ein Stück gelitten. Und ich glaube, da hat er justiert. Das Interessante ist ja, dass man beim Gehirn immer das Gefühl hat, man könne darauf Einfluss nehmen, so ein Stück weit. Aber irgendwo stößt du ja an gewisse Grenzen. Also wenn einer einen schlechten linken Fuß hat, dann kannst du mit dem zwar daran arbeiten, aber du wirst daraus wahrscheinlich nie Bonas Rosas Fuß machen können. Und ich glaube, das ist mit dem Mindset ähnlich. Also du kannst zwar daran arbeiten, aber es gibt halt Grenzen. Und irgendwann musst du dann halt sagen, okay, da reicht es dann halt qualitativ in der Birne nicht. Kann man das so sagen? Ich meine nicht, dass sie dumm sind. Nein, nein, genau. Aber ich glaube, deswegen ist dann auch in Matarazzo vermutlich mittlerweile eher bereit zu sagen, einen Bayers leihen wir aus, einen Förster verkaufen wir, wo er vielleicht dann vor einem Jahr noch gesagt hätte, nee, die kriege ich irgendwie hin. Also die helfen uns noch. Also ich glaube schon so ein Stück weit, dass die vergangene Saison Ina so ein Stück weit gestellt hat, dass er da auch so ein bisschen mehr ein harter Hund geworden ist und sagen, hey, wenn die Spieler uns jetzt nicht helfen, dann kann ich sie jetzt auch nicht gebrauchen, dann lass uns verleihen oder vielleicht sogar verkaufen. Natürlich ging es auch um die Zukunft, beziehungsweise um den Ausgang dieser Saison. Er wurde zur Zielsetzung befragt, Sebastian. Was sagt er dazu? Rein tabellarisch ganz klar der Klassenerhalt und darüber hinaus als Team zu wachsen, einzelne Spieler weiterzuentwickeln und weiterhin so eine starke Einheit mit den Fans zu bilden. Ja, und das finde ich auch wieder cool, wie er da antwortet, sehr ganzheitlich. Er geht halt eben nicht nur auf den Tabellenplatz ein, sondern er spricht die Entwicklung einzelner Spieler an, auch uns Fans. Finde ich immer wieder gut. Also grundsätzlich, wenn du Matarazzo bei Pressekonferenzen hörst, du hast immer das Gefühl, dass er jede auch noch so dumme Frage wirklich versucht, bestmöglich zu beantworten und einfach auch nicht so, ich sag mal, Weinzier-like. Also einfach so einen Satz hin klatschen, den du dir auch vorher hättest ausdenken können. Da wäre auch nicht viel mehr dabei rumgekommen. Bei Matarazzo kannst du aus fast jeder Aussage irgendwas mitnehmen. Genau, das finde ich super, weil, wie gesagt, er ist halt reflektiert, er ist total intelligent und auch die Antwort zeigt ja auch wieder, dass er so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt. Er sagt nicht nur, klar, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, das ist natürlich erstmal die Pflicht, aber wenn wir darüber hinaus noch irgendwie Spiele entwickeln können, wäre das super und ich finde es auch klasse und das zeigt ja dann wirklich auch so die neue Führungstriege beim VfB, dass sie tatsächlich auch eine Einheit mit den Fans bilden wollen und nicht nur Reschke-like irgendwelche Videos von der Cannstatterkurve rumzeigen wollen, sondern halt auch wirklich mit den Fans gemeinsam was erreichen wollen und dass er das dann auch wie selbstverständlich mit einfließen lässt, das freut mich total. Natürlich war auch seine persönliche Zukunft ein Thema. Ja, was sagt er denn dazu? Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch mittendrin bin und es nicht bald vorbei sein wird. Das klingt ein bisschen noch und nicht bald und so weiter, da ist er schon vorsichtig. Aha, ich finde das klingt total vielversprechend. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, dass ich hier mittendrin bin, sagt er nicht, er sagt, dass ich hier noch mittendrin bin. Ja, kann man so auslegen. Wobei als nicht deutscher Muttersprachler ist es vielleicht auch blöd, wenn man ihm da jetzt wirklich jedes Wort im Mund umdreht, aber ich bin übers Noch bin ich gestolpert. Lass es uns so abschließen. Wir drücken uns selbst die Daumen, dass Rino noch lange beim VfB bleiben wird, weil das würde bedeuten, dass er erfolgreich arbeitet und der VfB wahrscheinlich nicht absteigt. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Pellegrino Matarazzo mit dem VfB absteigt. Also in der vergangenen Saison hätte ich es mir vorstellen können, aber jetzt glaube ich schon, dass er sich dann vielleicht auch persönlich, ich sage mal, verändern wird. Wenn es nicht sowieso vom VfB ausgeht, dass er sich verändern muss. Ja, aber schönes Interview. Ja, gute Aussagen. Da kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass man so jemanden als Trainer aktuell hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.